Hallo Leute, jetzt sind wir uns bei Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Irgendwer oder irgendwas hat den Alarm ausgelöst und ich weiß nicht warum. Ich habe nichts gemacht, das sage ich euch gleich. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo ich jetzt genau bin. Auf jeden Fall war ich in der Nähe einer Wache. Oh oh, die Wache hier draußen steht auch wieder. Warum schöpfen die auf einmal Verdacht? Haben die die bewusstlose Wache gefunden oder hat mich da einer durch die Scheibe gesehen? Wenn der Kerl da weg gehen würde, könnte ich da vorbei ihn mir schnappen eventuell. Dann könnte ich meinen Weg fortsetzen. Ich bin derberg. Shit. Ich bin der Zettel. Ich bin der Zettel. Ich bin die Zettel. Das ist das? Das ist natürlich jetzt stämlich, ne? Ihr kleines Schweinchen. Da muss ich den Abgang machen. Ich bin da ziemlich unterlegen, was Waffengewalt angeht. Ah, du bist hier am Ende. Es sieht aus, dass die Info der Boss richtig war. Ich habe mich nicht mehr als Bitter Defeat. Ich liebe die Cobras, aber Sie sind jetzt meine ich. Alle von uns, lasst uns. Es ist nur Sie und ich. Keine Ahnung, in unseren Weg. Ocelots sind präubige Fähigkeiten. Sie lieben sich alleine. 12 Shots. 12 Shots. Okay. Okay, so möge unser Duell gegen Revolver Ocelot beginnen. Wobei er hier ja nur Ocelot heißt. Oh Sam, du hast ja gar eine Schlange. Ich brauche jetzt erstmal diese Milchschlange. Isst die doch mal, Snake. Disgusting. Okay, das schmeckt dem guten Mann nicht so. Warum hast du mir deine Waffe nicht ausgewählt? Ich bin der Königskogra. Ich bin der Königskogra. Die schmeckt bestimmt gut. Ich bin der Königskogra. Ich brauche bei dem Kerl eine ruhige Hand. Schau! Ich bin der Königskogra. Ich bin der Königskogra. Du bist der Königskogra. Ich habe keine Atmosphäre geschenkt. Ich habe es schon so gemacht. Es ist so anders, als einfach einen Kliff verändern. Dieses Laufzeit ist sehr gefährlich. Nicht schlecht, oder? Ich muss mich da gerade ein bisschen konzentrieren. Natürlich immer gut, wenn ich nicht hundertprozentig sehe, was ich mache. Ich hätte ihn schon bei der Hälfte, ja. Hä, wo ist denn der? Jetzt gucke ich auch noch in die falsche Richtung, weil ich groß sind bin. Wie gut der trifft. Wie schnell der ist. Dieses Reload-Zeit ist überraschend. Was ist denn der Penner, wenn er nachlädt? Ich würde ihm gerne eine rein klatschen, wenn es geht. Ich bin fast tot. Ich habe keine Ahnung, was ich alles kann. Hat genug yet? Dirty. Ich kann immer noch nicht. Ich kann da, da auch. Easy. Ich werde nie mehr reinladen. Ich werde nicht mehr reinladen. Es könnte sich so überraschend sein, in der Mitte der Bälle. Das ist echt übel, du siehst den Kerl überhaupt nicht. Ey, wer ist da Amy? Ist der schon über alle Berge? Alter, ich bin am verrecken hier, jetzt geht das nicht wieder woanders hin, mein Gott, ja, wie kannst du mich da treffen, bitte? Ist schon klar, ne? Ah, sie schmeißen mir nur Munition zurück, das ist ja nett. Ah, ich wollte mich erducken, ne? Immer wenn ich den Schussknopf loslasse, habe ich eine Sitze von dem Kerl. Da geht es wirklich immer nur um eine Millisekunde. Endlich! Er ist nicht schwer, aber es ist ein Ausdauerkampf. Dammit! Er hat uns gefunden! Er ist ein Ausdauerkampf. ARD Text im Auftrag von Funk You were lucky. We'll meet again. Ahhhhhhhhhh! Springt einfach in die tiefen Spalte, weil es gar nicht was da unten ist. Snake, du bist da krass drauf. Ah, ich habe keine Lebensenergie. Wie sieht es denn eigentlich aus mit uns? Gegenmittelerkältungsmedizin. Ne, ich brauche überhaupt nichts. Oh, meine Lebensenergie wäre nett. Ist auch gut, dass ich unten nichts sehe. Vor lauter dunkel. Oh, ein Schlenkchen. Dich nehme ich gerne mit. Ich weiß gar nicht, ob es noch Rationen gibt in dem Spiel. Ob das alles schon passé ist. Hat Snake keine Taschenlampe? Wirklich, keine Taschenlampe. Snake, bist du okay? Snake! Major. Snake. Bist du okay? Bist du nicht verletzt? Nein, das war ein verdammt, aber ich bin gut. Es sieht aus, dass es keinen Weg zurück gibt. Ich verstehe. Es ist gut zu hören, dass du nicht verletzt bist. Slipp und schlafen nicht mehr als der Plan war, aber zu gehen in der Kaffee war. Gehen weiter in der Kaffee. Der Kaffee scheint zu sein, wie ein Maze. Aber da ist ein Exit irgendwo. Find ein Weg aus der Kaffee und nach der Aqueduct. Alles klar. Aber es wird mir Zeit für mich zu überlegen, um durch diese Kaffee zu überlegen. Bist du dich verletzt? Nein. Ist es der Krieg? Sie haben eine Schleuchte für dich? Nicht das, nicht. Dann, was ist es? Es ist es hier im Hintergrund. Ja, es gibt keine Schleuchte. Ich sollte einen Schleuchte mit mir bringen. So, was du sagst, ist es, dass es für dich eine Zeit dauert, weil du keine Schleuchte hast? Genau. Wenn du keine Schleuchte hast, sollte man einen Schleuchte suchen. Ich weiß es. Amerikaner Soldaten diese Zeit verletzt zu viel auf die ready-made equipment. Hier wieder geht's. Was war das? Nichts. Amerikaner Soldaten verletzt zu viel auf die ready-made equipment. Und nicht nur das, aber ich kann es nicht verstehen, dass ein Schleuchte kann verschiedene Funktionen haben. Als ich in der S.A.S., nie hatten wir das Problem. Wir wurden trainiert, um alle Schleuchte, in so viele Möglichkeiten wie möglich. Wenn du nicht eine Schleuchte hast, schau dir etwas anderes. Du musst, wenn du ein Schleuchte, innovatives Gefühl hast, wenn du... Hey! Hörst du mich? Ja, natürlich bin ich. Zuerst schau dir das, was du mit dir mit dir gehst. Hast du nicht etwas, das dir mit etwas Licht geben kann? Hm. Was habe ich denn alles dabei in meinem Rucksack? Pillen, Zigarre, Fernglas... Ein Karton vielleicht? Hm. Ich habe überhaupt nichts. Ich könnte Blendgranaten werfen bis zur Vergasung. Ne, ich habe überhaupt nichts. Mages, das sind mir keine große Hilfe. Das ist echt übel. Ah, Zigarre macht ein bisschen Licht. Ist aber auch nicht das wahre, wenn ich jetzt einfach so eine rauche, das geht auch meine Lebensenergie. Oh, was haben wir denn hier? Ich pack mal die Zigarre wieder weg. WP-Granaten-Fackel. Mit Kreistaste schwenken. Zum Herumschwingen mehrmals drücken. Mit Quadrat-Taste anzünden oder löschen. Cool, ich habe eine Fackel gefunden. Wo ist die Fackel? Ups. Das war ein Warnschuss für die Krabben. Ach, Fackel hier. Das zählt als Waffe und nicht als Objekt, okay? Yay! Okay, somit haben wir Licht. Das ist halt nur die Frage, wo wir hingehen. Es ist halt alles ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ein paar Flusskrebse. Aber ich gehe mal diesen Weg. Den Schacht, den wir jetzt auf der linken Seite Wasserhals nicht so berauschen darfst. Oh! Munition, Granate. Ich brauche auf jeden Fall wieder was zu essen. Auf Ratte habe ich jetzt nicht so Bock. Meine Frage ist ja, verbrauche ich mehr aus da, wenn ich durch die Welt laufe oder wenn ich durch die Welt gehe? Oder hat das überhaupt keinen Einfluss aufeinander? Frosch! Einfach mal so ein kleiner Frosch hier in dem Gang. So, haben wir hier noch einen Frosch. Ich könnte Kröten lecken, wenn ich wollte, aber... Muss jetzt nicht sein. Uh, Schlange. Jetzt wisst ihr aber, worum das Spiel Snake Eater heißt. Ding! Ist auch cool, dass die Ration auftaucht, frisch verpackt, in kleinen Scheiben geschnitten. So wie sich das gehört. Was haben wir hier? Serum. Ach, jetzt bin ich über dem Wasserfall. Aber liebe Leute, ich würde mal sagen, wir gönnen einem guten Snack eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Metal Gear Solid 3 Snack. Bleibt wundervoll, bleibt sexy. Ich bin euer Zarko und stay tuned! Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!